Du Scheiße. Achso, und die nimmt man mit? Natürlich! Ah, viel später vielleicht. Ja, so für unterwegs, ne? So einen kleinen Snack, man weiß ja nie. Jetzt sind wir wieder hier. Achso, da hinten ist jetzt noch eine weitere Tür, ist sehr toll. Ach du Scheiße. Also, dieses Bild auch wirklich gar nicht gerne. What, 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 what? Sie sind. Okay. Okay. Okay, warte. Guck ich nicht durch. Was? 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 Oh, oh. Something is coming. Ah, meine kleine Freundin. Ich habe mir den Raum noch nicht komplett angeschaut, voller. Woher ist das? Woher? Woher? Was? Oh, ich habe mich erreicht. Hä, ich habe dich doch zerstört? Nee. What? Mein Fuzel schön hart gefiegelt. Wie seien Sie? Oh, was? Ich wollte mir noch auf den Raum angucken. Ach, das ist nicht gereicht. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin jetzt von dieser Fuzel. Okay, gut. Was ist hier? Ich glaube, wir müssen erst die Bilder abhalten. Ist mir egal. Ich will mir den Raum angucken hier hinten. Ich will mal wissen, was hier ist. Hier ist nichts. Hat sich richtig gelohnt. Geh nicht. Na gut. Weil wir sehen können, dass wir hier, weißt du, noch so ein Stückchen vom Gemälde finden. Ja. Wird ja sein. Jetzt haben wir wieder die Mannfrau. Ganz emptiness. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis sie hier kommt. So, jetzt ist noch hier Tür. Offen. Gleich doch. Oh, Hilfe. Äh. Summer? Lampe? Get up. Where? Where? Get up. Where? Locked here. Wie kann ich denn jetzt da weiter... Also, was? Das verstehe ich jetzt nicht. Sorry. Also, sie kann auch Türen öffnen, ne? Ja, aber... Äh... Äh... Also, ich muss jetzt den Weg quasi mir einmal frei ballern. Ne? Weil... Da war ja was versperrt. Dann kam sie, dann hab ich sie weggeballert, aber ich... Ich kam ja da nicht weiter. Also, muss ich dann wieder zurückrennen? Ja, aber sie... Ja, aber sie ist ja nicht im Halt aufgestanden. Die Frage ist, kann sie Türen erfüllen? Alter! Ja. Ja, sie kann Türen zumindest zerstören, auf jeden Fall. Guck mal, wenn ich jetzt hier hingehe und ich zerstöre das Ding jetzt da... So, dann kann ich mich umdrehen und könnte sie jetzt hier zerstören. Weil ich kann auch die Tür einfach mal kurz probieren, um mitzumachen. So. Ja, na... Achso, warte mal. Ich muss hier oben weiter ran. So, kann ich jetzt hier einfach durch? Oh Gott! Oh Gott! Der braucht so lange! Mach doch schneller! Okay, es ist... Es ist dann... Okay, wir gehen erst mal hier lang. Hm... Warte, wir gucken doch vielleicht nochmal nach... Kurz, kurz, ganz kurz... Mal, ist hier noch was? Ne... Schade. Aber hier könnte noch was sein. Weil hier kann... Kann sie ja uns die Tür nicht zumachen, ne? Also das heißt, äh... Hinter uns dürfte sie jetzt... Ich muss grad sagen, ich hab grad eine Tür zu klappen hören. Hallo? Wie? Hä, wo bin ich denn? Watt ist das hier denn? Was? Was hab ich gemacht? war das jetzt richtig oder falsch oder ich weiß ok wir gehen weiter ok Okay, hier geht's, okay, wir müssen hier lang? Wie komm ich... Verarschen? Na, ist ja ein Träumchen. Bin ich hier irgendwie... Warte mal, da drüben. Da drüben! Okay, war's ein Explodieren einfach? Du musst es sehen! Es wird nicht beendet, bis du es sehen kannst! Nein! Nein! Also ich wäre ja für einen schönen, altmodischen Walzer. Äh, okay, sag das so. Ich sollte nicht versuchen, meine Kunst in der Werkstatt zu enthalten. Achso! Ich teleportier mich... Ah, okay, verstehe. Jetzt verstehe ich langsam. Und dann ist es sogar schon vorbei. Nachdem ich's verstanden habe. Ah, okay, warte. Ja, nun... Ja, ja... Mal gucken, ob wir diesmal das Gemälde unten fertig kriegen. Ich glaub nicht. Ja, wir durften jetzt eigentlich 1, 2, 3 haben. Jetzt wird uns noch 4, 5... 4 und 5... Wenn das denn noch ne Reihenfolge macht. Ich verstehe die Art, wie sie sieht. Du bist sicher, dass du diese Reihenfolge konntestierst? Sie fragt. Daug in ihren Augen. Manchmal, ich will nur... bot... Äh... was? Steven, springen oder nicht springen? Das ist hier die Frage. Get inside. Wo sind wir jetzt? Im Keller. Ach du Scheiße. Was? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Komm her Lady. Hier ist Lady. Let me get her up here. Get up. Don't leave me. Jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich schon weg. Jetzt können wir nochmal in der Folterkette ziehen. Ich mach das doch einfach so kommentarlos ne? Also ist auch eigentlich richtig dumm. Voll lieber steht da. Ich bin bereit loszulassen. Let go. Let it go. Let it go. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Warte jetzt. Richtig? Jaja. Wir müssen jetzt quasi die ganzen Emelde quasi loslassen. Jetzt haben wir Babyface losgelassen? Mhm. Das Bild hat dir doch noch nie gefallen. Ne. Daher bin ich auch gar nicht so traurig drüber. Hat mir wirklich nicht gefallen. Also das ist echt. Ne. Ne. Ich denke, nichts. Ich denke, nichts. Einige alte Anzeige werden unseres. Ich weiß, dass du tot ist, aber wir beide wissen, dass du nicht wirklich weg bist. Aber ohne dich, es wird nicht geschlossen sein. Es wird nicht geschlossen sein. Das ist aber schön. Hat er schön aufgesagt. Was ist hier da? Ist es worth the struggle? Hm. Ja. Wo bist du denn? Damit ich dir helfen kann? Also. What? Jetzt ernsthaft? Was passiert ist, wenn ich hier durchgehe? Ne. Ich glaube, da müssen wir geschieben. So eine delftige Gefahr. Du kannst es fühlen, nicht wahr? Okay. Also ich gehe einmal ganz kurz so lang. Jetzt hier noch was ist. Warum willst du mir helfen? Oh, ist das jetzt eine Entscheidung, die wir fällen müssen? Wir zu helfen oder einfach zu sagen Wiedersehen? Du bist ein Monster. Embrace es. Du bist meine. Okay, wir haben eine Entscheidung getroffen, weil ich die Tür aufgemacht habe. So eine Scheiße. Äh, ich würde gerne nochmal, also können wir... Erstaunlich, dass es jetzt so zum Schluss immer noch irgendwie Entscheidungen gibt, die du fehlen musst. Also wir sind jetzt quasi halt im Maler-Spiel in Teil 1 eigentlich. Im letzten... Letzten Poeng, wie es so schön heißt. So jetzt achte drauf, Benny. Achso. Das ist zum Beispiel jetzt für mich überhaupt nicht. Aber eine andere Stimme auch als vorhin. Also für mich jetzt ist das gerade eine andere Stimme gewesen als vorhin. Was heißt vorhin bei dir? Wo wir das andere Gemalte da hatten. Ne, das ist die gleiche Stimme. Ich werd's ja im Schnitt sie. Hm. Hm. Du weißt, selbst wenn du mein Rival und die Grunde von all meinen Tränen bist, bist du auch der einzige, der ich noch zu sprechen kann. Der einzige, der hört. Ich bin nicht sicher, ob es lustig oder nur pathetisch ist. Wahrscheinlich beide. Weißt du, wie unser Daumen hatten? Äh... Ein Spiegelbild. Aber wir nicht. Das ist ein besonderer Daumen. Äh... Lass uns mal hier reingucken. Weißt du, dass, während ich mein schlafen kleinen Traum träumte, es war dir. Es war dir, was er wirklich lestet vor. Gott, ich bin so ein Idiot. Dass ich denken, dass jemand wie ich mit dir überhaupt mit dir in all deiner sublime, beauty, everlasting, immortal. Also... Also Parfüm kann ich ja noch verstehen, aber... So ein Halsband? Ja, es hat Schmuckwerk damals gewesen, ne? Finde ich jetzt aber nicht sooo hübsch, muss ich sagen. Naja, gibt ne Menge aus der Dekade, irgendwie nur aus der Zeit, was nicht hübsch war, irgendwie, aber... Hallo. Äh, ich sag mal nichts weiter dazu. Es ist jetzt Zeit für uns zu sprechen, nicht wahr? Ich meine, ich habe dich in meinem Haus so viele Mal gesehen, und trotzdem konnte ich nie den courage finden, dich direkt zu treffen. nicht bis jetzt. Bis jetzt. So. Kriegst du drin? Okay, dann haben wir hier noch was zum vorlesen. Ihr Mann ist damit gemeint, oder? Ja. 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 Und ich bin nicht. Ich will also, dass du dich vorst, zu spätten, dahin. Ja. Ich will, dass ich da stattfindet. Aber ich kann nicht. Das ist der einzige Weg. Jau! Gott. Okay. Ja, eins haben wir vergessen. Eins ist irgendwo da hinten noch. Eins Nibble haben wir nicht. Ja, dann bleiben wir uns treu. Ja. Und unsere E-Mail-Armee. Death is... Death is but a Lair. Ach ja. Jetzt sind wir doch hier. Das ist Teddy. Teddy umarmt den Alkohol. Das ist gar nicht gut. Es geht die ganze Zeit so. Es geht die ganze verkackte Zeit so. Ich könnte wirklich... Ich könnte... Aber Stevie, du hörst uns ja. Guck mal, was wir gefunden haben. Kann man nicht einfach mal komplett durchbohren? Kann man nicht einfach mal sagen, ich boge jetzt so und boge alle Löcher fertig? Nein. Nein. Nein, vielleicht muss man erst mal nochmal ins Star. Dafür haben wir uns geschafft, ein Gemälde zu komplementieren. Freut mich. Freut mich. Einfach freuen. Mit dem Gesicht. Ja, ich seh's. Oh, wunderschön. Stevie. Was? Ein wunderschönes Licht. Ich denke, ich sollte mich nicht glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine schöne Frau. Ich denke, sie ist. Ich weiß, sie ist. Also, warum kann ich sie nicht sehen, ohne mich zu schmerzen? Ich hatte einen liebenden Mann. Wunderschönes. Sensitiv. Jetzt, all I see is this strange man, who only cares about his paintings, like they matter at all. It's all so pointless. Music used to help doesn't anymore. Weil Musik eigentlich echt eine Menge bewirken kann. Ja, nicht bei Alkoholikern. Nee, aber so mit Emotionen und Pipapo, ne? Also, kann schon helfen, kann aber auch alles verschlechter. Also, geht in beide Richtungen. Okay, das ist jetzt unser... Oh Gott. Warte, ist doch unsere Eingangstür hier. Hier sind wir doch gestartet. Warte. Okay. What the... Ich bin weg. Ach, jetzt bin ich hier oben. Nee, ist okay. Cool. Cool, 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 cool. Ich bin da oben. Warte, kurz. Ich muss aufladen. Du, 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 ich bin weg. Ich muss ja wahrscheinlich jetzt hier die Dinger hier kaputt machen. So, komm her, man. Lady. Look at you. Look at you. Das ist mal interessant, dass die Farbe zersplittert irgendwie. Muss ich jetzt hier runter? Alter, ist die Schmei auf einmal. So, wo ist hier das, äh, Geklibber? Nach vorne? So, ich täusche jetzt an. Links, rechts, geradeaus. Ich will doch, aber du bist komisch. Ich nehme mal, ich brauche kurz Aspirin. Dankeschön. Oh Gott. Das ist ein Messer. Ich komm nicht raus. Hallo. Kann ich noch? Nee, Flo kann ich nicht abziehen. Schade. Ich muss, glaube ich, Wasser aus der Wanne lassen. Ach du Schade. Ich habe es endlich herausgefunden, und es ist alles dankbar zu dir. Du hast mir gezeigt, dass es nicht mehr gibt. Oh Gott, dein süßes Lachen zeigt, dass es, was jetzt schon klar war, dass wir nicht wieder sprechen werden. Wiedersehen. Und hier. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Und ein weiteres. Also bestraft du dich jetzt damit selber? Oder was? Sehr drastische Szene, aber tolle Musik dazu. Ach du Scheiße. Hatte sie jetzt ernsthaft ein Auge rausgezogen? Also Künstler sind auch manchmal ganz schön kaputt im Kopf. Was war das? Wer lacht hier? Einer lacht, andere weint. Was ist los? Oh Gott, will ich jetzt gucken gehen? Ach du Scheiße. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Das kommt doch aus dem Raum da, oder nicht? Okay, komm, wir gehen einfach nach unten. Neee. Oh no. Äh, dann folgen wir mal unser Kunstwerk. Äh. Was? Ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab keine Taschenlampe. Kannst du dich nicht daran erinnern? Nee. Puh. Verdrängung. Hä? Kannst du dich hier zu machen? Oh Gott, hier geht's auch noch weiter. Oh Gott. Oh Gott. Du bist so geräusch. Geräusch. Wenn ich das Gefühl habe, dass es zu lange ist. Öffne deinen Augen. Duhst du mich? Oh. Okay. Ich versuche zu machen. Ich versuche, ich versuche. Ich versuche. Das ist es. Ich versuche es zu beurteilen. Ich versuche es zu beurteilen. Wie soll ich das tun? Es ist etwas, um mich zu beurteilen. Broken. Where are you going? Das war eine Richtigung. Total effect. Die Schmerzen zu schützen. Die Schmerzen zu verlieren. Geh es zurück. Es geht nicht. Aber wir waren glücklich für einen Moment. Wir können nicht lastig sein. Wir hatten einen kurzen Zeit zusammen. Ich könnte es tun. Wir könnten uns glücklich sein. Du kannst nicht erinnern. Es war ein Kurs. Primal. Angry. Blind. Ever since the exit. Devour by forces out of our control. Oh man oh man. What will you say about it? How will you end his story? I used to hate you. I think, even now, I still might. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. The one precious thing you ever truly desire. You will never finish it. All right. Yes. That's it! Oh... That's beautiful. Perfect. Perfect. Just like I've always imagined. W-What is this? I-I don't understand. No. Stop it. Please! I was so close. This time, they almost had it. So, I can't remember. No. In the chat was too slow. Stimmt, we came here sonst nie rein in the door. Woher, guck mal, er hat's doch einmal, einmal hat er's doch geschafft. Guck mal hier. Woher hat's öfter geschafft? Aber nur nicht in seinem Kopf, wahrscheinlich. Oh, jetzt können wir überall reingehen. Dieses Hass, ey, wirklich. Ich möchte dieses Bild, dieses Babyface-Bild. Das wird mich in meinen Träumen verfolgen. Aber weißt du, was mir fehlt, Stevie? Was? Hatten wir nicht noch eine etwas andere Sache noch mit dem Grammophon? In dem Grammophon? In dem Grammophon war, glaube ich, eher Bestandteil des Set-Ons mit der Tochter. Ah, okay. Gott, hier fällt ja alles auseinander. Gut, denn... Oh, ich hab wieder die Taschenlampe hab' ich auch nicht. Ich seh nichts. Ich seh den weißen Punkt. Deswegen gehen wir jetzt mal hier gucken. Das ist das, was ich schon gelesen hab, ne? Oh, hier kommt was anderes. Und das ist alles von dieser Schriftstellerin? Und das ist alles von dieser Schriftstellerin? In diesem Leuchtturm! Das war die Geschichte des Monos.